Wir haben gerade ein super Fest hier entdeckt, schon ganze fünf Kilometer gefahren. Guten Morgen, wir sind jetzt schon auf der Autobahn Richtung Homburg, dort kann man einen schönen Wandelweg mit dem Bike entlang fahren. Die Bikes sind bereit, also noch nicht bereit, aber wir sind mit dabei. Unsere Handschuhe haben wir heute auch dabei. Ja, wir sind gespannt. Bis dann. Tschüss. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Musik Was ist die Spannung auf der anderen? Musik 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 Wir haben gerade ein super Fest hier entdeckt. Wir sind schon ganze fünf Kilometer gefahren. Musik Na ja, jetzt muss erst mal ein Stück Kuchen her. Das sieht echt länger aus. Hier. Oh, die Bank ist hier. Das ist Martina Ferro auf fünf Kilometer extra. Weil sie Sahne drauf hat. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier in Homburg, also da wo wir auch gestartet sind, da unten wo das Kreuz ist, steht irgendwo unser Auto, sind wir gestartet und sind irgendwie wahrscheinlich da hinten durch den Wald gefahren, ungefähr jetzt 20 Kilometer. War richtig schön gewesen, also leider mussten wir oft absteigen, weil da sehr viele Treppen waren und wirklich steile Passagen und wir heute nicht so wirklich fit sind. Vier-Tage-Festival war irgendwie etwas zu viel für uns, der Alkohol, böse Alkohol. Ja, ist echt mega hier oben. Martina, die steht hier unten, die ist ein bisschen faul hier hoch zu laufen. Da ist sie. Oh, die faule Socke. Hallo Martina, auch hier. Hallo Caro. Was ein Zufall. Nice to meet you. Jetzt müssen wir halt von hier ein Selfie machen. Zurück zum Auto. Was hast du zu sagen? Ich bin am Arsch. Sie ist am Arsch. Ich auch. Jo, wir waren halt glaube ich auch nicht so in Stimmung. Wir parken jetzt zusammen und dann geht's nach Hause. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss.